Willkommen auf meinem GIMP Kanal zu einer weiteren Episode aus der GIMP 2.8 Tutorial Reihe. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich einen sogenannten Vintage Retro Effekt erzeugen. Dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Als allererstes müssen wir hier auf dieser Ebene oder auf diesem Bild eine Oberflächenschärfung vornehmen. Auf Englisch heißt es Surface Blur und dazu werden wir jetzt hier erst einmal die Ebene zweimal duplizieren und schalten die untere Ebene aus. Nun gehen wir auf Farben, Invertieren. Wenn die Ebene invertiert ist, rufen wir Filter GIMP auf und nun, weil wir die Ebene ja invertiert haben, werden wir das weichzeichnen und zwar mit einem bilateralen Filter. Hier werden wir die Werte nehmen beim ersten Wert von 20 und beim zweiten Wert von 25 und wir bestätigen mit OK. So nun sieht man, wie das hier weich gezeichnet ist. Das wird jetzt umgekehrt zur Schärfung werden, wenn wir mit ebenen Modus arbeiten. Mit dem richtigen Filter, Jimmy Gernotanzeigen, jetzt machen wir hier mal zu, gehen auf Layers, Blend Standard und dann gehen wir auf alle Sichtbaren hier. Machen wir das mal, passen wir das Bild mal hier ein und gehen auf Strahlendes Licht mit unserem Ebene Modus. Also Vivid Light, Strahlendes Licht und bestätigen mit OK. So nun müssen wir erst einmal noch diese Ebene hier komplett entsättigen. Dazu gehen wir auf Farben, Farbton Sättigung und ziehen uns hier die Sättigung komplett heraus. So nun werden wir die untere Ebene zuschalten und die untere Ebene einmal duplizieren. Schalten wir die ganz untere Ebene wieder aus, gehen hier auf die obere Ebene und stellen unseren Ebenen Modus hier auf Überlagern. Rechte Maustaste, nach unten vereinen. So jetzt haben wir erst einmal die Oberfläche geschärft. Ihr seht den Unterschied, ja? Surface Blur. Haben wir in GIMP nicht, aber nun gut, was will man machen? Jetzt werden wir die Ebene hier noch einmal duplizieren. Dann gehen wir auf Farben, Werte und nehmen hier auf der rechten Seite einen Wert von 235 und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt werden wir die Ebene hier einmal duplizieren. Das schalten wir mal aus da unten, das brauchen wir nicht. Und stellen unseren Ebenen Modus hier einfach auf Weiche Kanten oder Soft Light. Rechte Maustaste, nach unten vereinen. So, nun erstellen wir eine neue Ebene, Transparent. Und füllen diese Ebene mit der Farbe 070142. 070142 und bestätigen mit OK. Nehmen die Farbe, ziehen uns die Farbe in die soeben erstellte transparente Ebene hinein. Gehen auf Filter, G-Mig, Erneut anzeigen. Und hier haben wir Gott sei Dank schon alles richtig eingestellt bis auf den Ebenen Modus. Hier nehmen wir den Ebenen Modus Exclusion. Ich möchte erst einmal suchen hier. Exclusion, hier ist er. So, und bestätigen mit OK. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier nochmal auf Farben, Werte und nehmen hier auf der linken Seite einen Wert von 11 und bestätigen mit OK. So, nun geht es weiter mit einer neuen Ebene, Transparent. Und diese Ebene füllen wir mit DE, muss ich mal suchen hier, DE9B82 und bestätigen mit OK. Ziehen uns die Farbe in die soeben erstellte transparente Ebene hinein. Stellen unseren Ebenen Modus auf weiche Kanten, also Soft Light. Und gehen hier auf 75%. Im nächsten Schritt müssen wir noch eine transparente Ebene erstellen. Und hier müssen wir die Ebene füllen mit der Farbe FED. Suchen sie mal hier. FED1EB. Und ziehen uns hier die Farbe in die soeben erstellte transparente Ebene hinein. Stellen unseren Ebenen Deckkraft auf 50%. Und stellen unseren Ebenen Modus hier ebenfalls auf weiche Kanten. So. Wenn wir das gemacht haben, rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen. So. Im nächsten Schritt erstellen wir noch eine transparente Ebene. Und füllen diese Ebene mit der Farbe 0700. Mal gucken hier. 0700, 44. Ziehen uns die Farbe in die soeben erstellte transparente Ebene hinein. Lassen los. Gehen auf Filter. Gimiger Neudanzeigen. Und hier steht es ja schon auf Exclusion. Ja. So. Und wir bestätigen mit OK. So. Nun müssen wir folgendes machen. Wir müssen unsere Ebene, also unsere Ebene, die wir geschärft haben am Anfang mit den Oberflächen, Scharfzeichner, ja, mit dem Surface Blur. Einmal duplizieren oder das brauchen wir gar nicht duplizieren. Ich mach das mal zurück. Und bringen die mit der Pfeilstaste nach oben. Und stellen hier unseren Ebenen Modus auf weiche Kanten. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Jetzt ziehen wir uns hier noch eine Vignette. Dazu rufen wir Filter. G-Mig. G-Mig wiederholen ist gut. Bearbeiten rückgängig. Filter. G-Mig erneut anzeigen. Hier machen wir das erstmal auf Normal. Machen hier zu. Suchen uns hier Frames. Und gehen auf Vignette. Und werden uns hier in dem mittleren Minimal, also Minimum oder Minimaler Radius, innerer Radius, oder ja, wie auch immer, einen Wert von, sagen wir mal, 24 eingeben. Und bestätigen mit OK. So, nun werden wir fertig. Vintage Retro Effekt. Original. Vintage Retro Effekt. Original. Vintage Retro Effekt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kurzen Tutorial ein wenig Freude machen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, baut es nach. Macht es besser als ich. Ähm, ja. Schreibt mir vielleicht einen Kommentar. Und gebt mir einen Daumen hoch. Und für die Neuen, die hierher gekommen sind, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.